hallo meine lieben willkommen im lecker und fit kochstudio ich bin eva ich bin cordula hallo hallo willkommen wir machen wie immer leckere leichte schnelle gerichte die jeder im büro zackig zubereiten kann diesmal thema obst obst hat auch immer ja wenig kalorien oder das gesunde obst ist immer gut alle man hat ja auch gerne obst teller mal im büro oder so und damit man das nicht immer nur so langweilig einzeln essen muss möchte ich mal gern paar kombinationen die man machen kann vorführen wie immer hier mit unserem zauberstab den man immer gut einsetzen kann und sich auch gut ins büro tun kann man zur notabschreibtisch mal ein bisschen was soll es was dein lieblingsobst erdbeeren fühlt sich super wird jetzt ja auch wieder erdbeerzeit ich habe jahrelang gar keine bananen anrühlt interessanterweise esse ich erst wieder seit ein zwei jahren werde seitdem immer ausgelacht dass ich auf einmal wieder bananen esse ja wahrscheinlich wegen dem lied von den ersten was ich aber was ich aber nicht mag sind sachen so so bananeis oder bananensaft oder so das ist mir zu sehr banane okay dann ist der bananenpudding den ich jetzt gleich machen werde eher nichts für dich dann fange ich mal an mit dem bananenragou möchte ich mal nennen denn die banane selber ist ja schon lecker und süß aber wir möchten da gerne einen kleinen kontrapunkt setzen möchte ich mal sagen also wir nehmen die bananen schälen die bananen ich habe ja mal gehört man soll die eigentlich anders umschälen stimmt die affen machen das auch so ja da kann man auch was lernen von den affen überhaupt so jetzt ist sie geschält haben wir sie hier so und dann nehmen wir hier unser messer und machen einfach mal hier so eben ganz normal so schneiden in kleine stückchen mundgerechte häppchen wie man es so nennt geht ganz schnell kann jeder machen mehr als ein brett braucht man dafür nicht so jetzt haben wir hier unsere bananen häppchen und dann tun wir hier mal ein schädchen so und ist eine banane eine portion dann nachher bei mir schon wer natürlich mehr möchte kann da auch gerne mehr nehmen aber ich finde eine banane immer ganz gut weil das macht ja recht satt und dann nehmen wir hier wer sich fragt was das hier ist das wollte ich dich jetzt auch fragen sieht sehr exotisch aus das ist eine riesen marakouja die gibt es in den gängigen supermärkten sind die momentan sehr innen ich persönlich muss sagen dass ich eigentlich die kleinen vorziehe die kleinen dunklen die sind doch eher so lila auch ja so lila dunkel man macht die hier in der mitte jetzt habe ich ganz glitschige hände von der bananen stich dich nicht mit dieser mordwaffe da noch ein grund warum ich die kleinen vorziehe aber wie man sieht von innen sehen sie genauso aus und duften auch gut ja richtig marakouja die kleinen die haben oft ein bisschen mehr witzig aroma wo kommen die her weißt du das oh keine ahnung das sollen die leute googeln hier so pugen wir das fleisch hier raus sozusagen mit dem löffel das geht ganz leicht lässt sich hier gut diese hellen stege die würde ich drin lassen aber sind jetzt auch nicht giftig oder so sieht ja immer so ein bisschen nach so alien das sieht ein bisschen schleimig aus es gibt schönere früchte aber vom geschmack her ist die marakouja natürlich wirklich einzigartig und die nehmen wir jetzt sozusagen als soße weil die auch so leicht säuerlich aromatisch ist und die erst mal hier auch genau so ein bisschen richtig schön ist gerade nicht schön ist anders aber wir rühren das um dann oxidiert auch die bananen nicht weil die wird ja auch gerne mal so fies braun das passiert nicht wenn die marakouja da drauf ist und wegen der säure und dann haben wir hier sozusagen so einen kleinen obstsalat schon fertig das ging jetzt flott und dann hat man hier schnell süß sauer sozusagen kannst ja mal probieren und ich bereite hier dann schon mal das nächste vor das kriegt man ja ich noch schnell im arbeitsplatz da wäre ich jetzt erst wieder nicht drauf gekommen auf die kombi und erwartet so sauer aber dann kommt süß banane nicht schlecht das kann man gut essen so den löffel brauche ich wieder um hier die kerne aus der melone rauszupoolen ja weg so jetzt haben wir hier die kerne rausgenommen das ist ich kann ja die melonenarten habe ich mal schon gesehen das sind gallia melone dann gibt es noch die contalupe das ist die gestreife die ist auch sehr lecker und dann gibt es noch diverse andere die ich persönlich aber geschmacklich nicht so gut finde die wassermelone ist auch nicht so mein ding weil ich finde diese sehr aromatisch gibt es natürlich den klassiker mit schinken als vorspeise aber jetzt machen wir ein bisschen was anderes wir können ja auch mal ich möchte mal kurz zeigen wie man die melone hat auch immer wenig kalorien das hat fast gar nichts wir schneiden hier einmal ein so in große stücke und dann können wir das hier unten schön abtrennen damit wir uns die schneiden drehen wasser mal um und dann haben wir hier die stückchen so dann haben wir jetzt hier die melone und auch da machen wir wieder ein süßchen sozusagen und dann nehmen wir jetzt hier fertig gibt es in jedem supermarkt oder auch bei dm oder so mango soße wir haben hier keine schleichwerbung das ist einfach pürierte mango könnte man auch selber ich bin dann immer so enttäuscht dann kauft man so mango und dann ist so 90 prozent ist so kern so jetzt darfst du noch mal probieren das ist jetzt schon fertig ging auch wieder schnell und dann haben wir auch wieder einen schönen salat und wie gesagt das schmeckt ja dann süß ohne dass wir zucker dran machen müssen wer mag kann hier noch gerne ein paar kleine gute kombi ist auch diese mango ist so als kind hat man das so aus dem hip gläschen so ähnlich ja ja so da kommt es dran ja kann man natürlich auch mit Pfirsichmus und so kann man tatsächlich auch hip gläschen nehmen wobei ich dann eher so so püriere oder bei hip gläschen haben immer noch reis mit drin das ist dann sehr gehaltvoll für die baby ist natürlich sinnvoll für uns jetzt weniger da können wir dann noch ein wenig hier zerrupfte minze drauf freuen das gibt dann noch mal so ein extra aroma wer das mag kann man machen muss man aber nicht so und jetzt kommen wir zum guten schluss nochmal banane das wirst du jetzt nicht mögen dass ich kann es ja probieren du wirst es probieren müssen und da machen wir jetzt hier ein bananen pudding das wird in vietnam gerne gegessen pudding ich sehe ja gar keine schokolade nein keine schokolade fällen die banane werfen sie hier hinein und dann tun wir hier ein bisschen joghurt drauf da kann man auch fettarm nehmen das tut sich vom geschmack her nix ich bin sonst kein freund von fettarm produkten aber bei joghurt finde ich echt nicht schlimm jetzt ist überall drauf geschmiert so der joghurt gibt hier zu dem süßen auch wieder so leicht säuerlichen accent generell kann man sich merken süßes säuerliches zusammen immer gut dann pürieren wir das jetzt schnell Achtung so wir haben das jetzt hier püriert dann wollen wir mal gucken ob die das schmeckt du hast ja gesagt ist nicht so ganz dein ding aber wir wollen mal sehen ich mag so sachen nicht die so künstlich nach bananen schmecken wenn er jetzt pure bananen ist könnte das vielleicht sogar gehen so da kommen dann per erdnüsse drüber und das gibt dann einen ganz speziellen geschmack wenn du mal kosten möchtest erdnuss süß und salzig ne süß und salzig ist nicht jedermanns sache aber finde ich gut schmeckt mir exotisch wird in vietnam wie gesagt gerne gemacht und ja ich möchte noch mal darauf hinweisen wir haben hier diverse zutaten wie die granatapfelkerne und physalis was ja auch immer schnell geht und lecker schmeckt exotisch ist und hier die minze wie gesagt erdbeeren kann man reintunken kann man pürieren also ich würde sagen leute probiert es aus macht hier nach eurem gusto und nur mit früchten pur vielleicht noch ein bisschen joghurt dran und lasst es euch schmecken